Hallö, meine Freunde und willkommen zu einer Wartung Folge von Wir testen ein neues Spiel. Heute geht es um das Spiel Promenade oder Promenade, was genau heute rausgekommen ist. Und das Spiel ist eine Art Rätselspiel im 2D-Plattformer a la Sonic. So habe ich so das Gefühl, was ich so bisher gesehen habe. Und ihr seht es ja schon im Hintergrund, das ist ein sehr, sehr, sehr buntes Spiel. Und ihr habt so einen Begleiter, der euch auch hilft. Aber selbst habe ich noch nicht so reingeguckt. Also ich habe wirklich noch gar nicht reingeguckt. Außer so das, was ich so an Bildern und sowas gesehen habe. Deswegen schauen wir uns das Ganze heute mal an. Ansonsten, wir gehen mal ganz kurz in die Optionen. Ach so, wir spielen das heute auf der Xbox. Es gibt es auf Deutsch, was schon mal sehr, sehr gut ist. Gerade so bei Rätselspielen und so bin ich immer so sehr froh, wenn es dann doch eine deutsche Übersetzung gibt. Was haben wir noch? So, Bildschirm schütteln, Helligkeit. Lass mal alles an. Normalerweise sind Bildschirm schütteln, bin ich immer so bei manchen Sachen kein Freund, weil es doch manchmal sehr, 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 sage ich mal, auf den Kopf geht. Aber hier lassen wir das mal an, weil es wirkt ja ganz cool. Ihr seht es schon, man findet Teile, oben ist die Zeit. Ja, und ihr habt hier vier Speicherstände. Ich weiß auch nicht, warum es immer so viele gibt. Aber vielleicht kann man ja verschiedene Schwierigkeitsgrade spielen. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ich habe gerade echt jetzt das Lied im Kopf. Kleiner, hi, dim, dim, ach nee. Muss ich irgendwas machen? Nee. Ich muss noch nichts machen. Ich glaube, das ist mein kleiner Freund. Oh. Die sehen so aus wie diese Kuscheltiere, die, wenn du so reindrückst, dass die dann ihre Gesichtszug ändern. Okay. Okay. Okay, ich habe gedacht, er grillt das jetzt. Oh, das wäre ja super wild gewesen. Wobei, war das denn, den Fisch? Oh Gott. So. Ich spiele einfach zu viel Mist. Okay. Da brauche ich die Ohren her. Ah. Wollte ich sagen. So, geht schon los. Also, wir können jetzt hier hoch. Ah, anscheinend können wir hier schlafen. So, wir können ihn als, als Waffe benutzen. Springen. Können wir hier irgendwie rennen. So, hier müssen wir springen. Okay, da wird angezeigt, was wir halt machen können. Hier springen. Hier springen. Hier springen. Hier springen. Okay, wenn wir springen, haben wir einen kleinen Slow-Mo. Habt ihr das gesehen? Okay. So, warte mal. Ach, ich nehme den mit. Ah, okay, verstehe. Wie fliegt denn das Ding so langsam? Ah, wenn ich das, also. Okay, ich kann keinen Doppelsprung machen. Aber, wenn ich den habe, springe ich so hoch. Okay. So. Das. Ah, okay, verstehe. Das war easy. Das war auch easy. Ah, okay. Das ist aber auch wild. Also, ich muss nach unten drücken und muss B. Also, ich kann nicht nach unten gehen und laufen. Hm. So. Ach. Nicht auch aimen. Wartet mal. Boah, das ist ja... Okay, das war jetzt schon sehr, sehr wild. So. Hier hoch. Kann ich hier hoch? Ah, ich kann da durch. Okay. 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 Kann ich hier auch die Kanone nehmen? Was bringt mir die Kanone? Kann man nix. Warum ist hier eins? Ich glaube, ach so, damit ich hier rüberkomme anscheinend. Okay, verstehe. So. Boah, das ist aber schon, also, dass wir den runterdrücken und dann zum Rollen ist schon nicht einfach. Ah, gedrückt halten. Okay, verstehe. So, jetzt hier rein. Okay. Sehr, sehr lustig. So, wo sind wir jetzt? Der Größte aufzugucken. So, hier sind Wolken. Das sind wahrscheinlich die Level, so wie mir das scheint. Ah, das ist dann scheinbar der Aufzug. Was jetzt? Was ist jetzt? What the fuck? Ist das das Böse in mir? Yo. Wo guckt der so böse? Ah ja. Ich hab's, konntest mir jetzt schon denken, dass er die Cloud, jetzt kann ich den Aufzug nicht benutzen, jetzt muss ich jetzt mit den Teilen, glaube ich, finden. Das hier? Ah ja. Jetzt geht's wahrscheinlich hier lang. Was ist das hier? Wir können uns wahrscheinlich heilen. Okay, er zoomt ran. Nein, er meint. So, was ist das hier? Okay, es geht hier nach rechts. Was ist das denn alles? Hier nach rechts. Komm hier rein. Kann ich das hier so machen? Ach, den Ball. Boah, das ist aber auch... Warte. Ich muss jetzt dreimal treffen, oder was? Habt ihr das gesehen? Aua. So, wo ist jetzt der zweite Korb? Ah, hier ist das Puzzleteil. Oh, das sind ja auch Gegner. Okay, lol. Muss man es mal wissen. So, wie komme ich an den Basketball? Ah, ich glaube, ich weiß, wie. So, wartet mal. Boah. Äh, wartet mal. Wie komme ich da ran? Ich komme halt nicht hoch. Wartet mal, das ist doch... Es gibt bestimmt noch einen Trick sitzen. Erstmal das Puzzleteil. Den Baum. Oh. Ist das irgendwie... Oh. Ah, so ungefähr. Nummer eins. Also, für die, die jetzt so nicht verstanden sind, das ist ein Rätselspiel, ne? So, wir haben jetzt wieder volles Leben. Wir haben jetzt hier alle Basketballkörbe. Die Sache ist die. Hier oben ist halt ein Basketballkorb. Wie komme ich da... Wie kriege ich den Basketball da hoch? Ah. Okay, der ist weg. Also, ich kann es mir schon vorstellen. So. Er war ja fast einfach. Oh nein. Oh, ich hebe die Leute. Echt Idiot. So. Ein Ball, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Naja, jetzt haben wir nochmal den Korb gebrochen. Habe ich das gerade gemacht? Wartet mal. Ich habe das so gemacht. Und habe den hier hochgelegt, ne? So. Wir werden dann so. Okay, er bleibt liegen. Geil. So, jetzt haben wir den Ball hier. Echt jetzt? Oh, ne. Okay, ich weiß, wie es geht. Wir müssen den... Aber wir können den doch auch nicht darüber werfen. So. Wir werden ihn jetzt doch schon mal hier. Zack. Also, ich habe eine Idee. Bin mir aber nicht sicher. Komm. Komm. Das hat sogar funktioniert. Das war gar nicht mal so einfach, muss ich gestehen. Basketball für Anfänger, genau. Okay, wie verliere ich da? Gar nichts. Okay, sehr gut. Okay, das war cool. Wir müssen jetzt den Vorrall mitnehmen. Hier rein. Hier hoch. Da oben ist das letzte Teil. So, das heißt, wir müssen jetzt hier nach rechts. Dann müssen wir irgendwie da hoch. Das ist ja nicht schwer. Achso, ich kann dann sogar höher springen. Guck mal. So. Zack. Letzter Teil. Sehr, sehr gut. Läuft. So, wie gesagt, das Spiel heißt Promenade. Nur mal so für euch. Und ich finde es so für so. Ich bin ja so meistens nicht so ein Rätselspieltyp, ne? Boah, bist du dauer? Aber bis jetzt finde ich es halt sehr, sehr angenehm. Und das Spiel ist hier auch sehr, sehr entspannt. Warte mal. Ich habe das Puzzleteil. Ich habe das Ding. Wir können uns ja mal ganz kurz hier reinschmeißen. Zack. Erholsames Nickerchen. Halte Lebenspunkte durch ein Nickerchen in eine Hängematte. Okay. Jetzt geht er fast schon wieder, oder was? Einmal noch. Boah, Junge ist ja schnell. Okay. Warum? Warum kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Schaden? Na gut. Weiter jetzt. Hier fehlt wieder eins. Okay. Was ist das? Okay. Geht anscheinend nicht. Warte mal, ist das ein Checkpoint, wenn ich runterfalle? Stimmt. So. Was ist das hier? Hier sind wahrscheinlich dann so extra Level. Das richtigste. Ja. So. Warte mal. Kann ich die fangen? Jo. Kann ich. Cool. Bin ich hier. Was ist das hier? Okay. Wartet mal. Wir haben hier ein Puzzleteil. Frage ist, wo müssen wir das benutzen? Oh, das ist ja ganz wild. Das war, glaube ich, nicht so geil. Wo sind wir? Oh, die gehen nicht. Okay. Wo sind wir jetzt hier? Ich glaube, wir sind gerade komplett wild, glaube ich. So. So. Boah, das ist aber mies, ey. Boah, das ist ja gar nicht mehr so einfach. Okay, hier haben wir schon mal den ersten anscheinend. Die Kanonenprüfung. Okay. Also, wir müssen anscheinend Prüfungen machen, wenn ich das richtig verstehe. Das hier. Schnecki. Macht sie Schaden? Nee, Schnecki macht keinen Schaden. Wenn ich hier Schnecki... Okay. Ich muss wahrscheinlich Schnecki durchlaufen lassen. Jetzt habe ich das Gefühl. So. Okay. Ich glaube, dass es klappt. Ah, guck mal, der Zweite. Okay, das war einfach. So, Nummer zwei. Zu spät zum Rendezvous. Frage ist jetzt aber, wo ist der Dritte? Ah. Okay. Ich verstehe aber diese Dinger hier nicht. Oder ist das einfach... Das ist, glaube ich, nur Deko, oder? Nein. Schau ich mir. Ey, das ist ja voll cool. Das ist ja voll cool animiert. Muss ich jetzt lang? Okay. 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 Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das schaffen? Was ist denn das für ein wildes Tread hier? Nichts hier drauf? Hier. Nein. Oh. Jetzt haben wir wieder ins Wasser. Oh, ich komme hier nicht drauf. Ich glaube, ich bin so schneller. Verdammte Kacke. Okay, ich verstehe es, glaube ich. Also, ich muss abkürzen. Aber ich komme hier gar nicht hin. Okay, ich muss... Okay, ich glaube, ich kriege es hin. Ich glaube, ich kriege es hin. Wartet. Wartet. Hey. Nein. Hallo. Okay, ich glaube, wenn ich jetzt hier und dann hier hoch... Okay. Ich weiß, wie man abkürzt. Okay, es ist machbar. So. Ja, doch. Es ist machbar. Es ist machbar. Es ist machbar. Doch, doch, doch. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Ja, let's go. Oh, jetzt hänge ich hier fest, oder was? Junge! Nein! Mann! Was? Hä? Warte mal, da unten ist ja ein anderes Teil. Okay. Was soll ich starten? Vorzeit, ein Rennen, abbrechen. Boah, das ist ja... Okay, nee, 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 chill, chill. Ich muss mich jetzt mal hin. Boah, das ist ja... anders, das Level. So, vielleicht hier nicht. Hier rollen. So, easy. Uh! Ja, da guckst du blöd, wa? Hey, warte mal, jetzt haben wir ja schon... Drei. Und unter mir war ja noch eins, ne? Auch zwei jetzt, oder was? Hier ist doch noch eins, oder? Okay, ich seh gerade, dass das Ding schwimmen kann. Oh, komm, ey. Ehrlich jetzt? Echt. So, geht auch. Unter dem Dorf. So, das ist jetzt die Frage. Der Rest. Da oben ist ein Stern. Meinen die damit hier rein? Ach, nee, warte mal, ich seh's vielleicht gerade. Ah, ich versteh's. Okay, warte mal. Wie machen wir das denn jetzt? Braucht die Fässer wieder. Das ist nicht so geil, glaub ich. Oh! Immer fall ich ins Wasser. Also, ich bin ehrlich, dieses runterdrücken und dass er sich dann rollt, das ist totaler Käse. Du drückst nach unten. Ich will nach unten und will halt nach unten schießen, damit ich den kriege, aber das geht ja nicht. Jedes Mal rolle ich mich dadurch. Ich versuch gerade, also meine Idee war, hier die Fässer hochzubauen. Vielleicht geht das. Ich habe auch das Gefühl, dass wir da drüben hochbauen müssen. Spielen wir mal. Ich hoffe, es ist ein Puzzleteil auf jeden Fall. So. Das machen wir fast. Okay, irgendwas müssen wir mit den Fässern machen. Nee. Okay, da kommt man schon mal ran. Ich frage es auch, was machen wir mit dem Puzzleteil? Wo kann das hin? Ist irgendwas mit... Was ist das für ein Puzzleteil? Vielleicht hier oben? Was macht das Ding? Ah, da ist das Puzzleteil. Seht ihr das? Guck mal. Wenn ihr genau hinguckt, im Hintergrund. Seht ihr das? Boah, ist das frech. Das musst du erst mal wissen, ey. Heilige. Boah, eins fehlt noch. Hinten ist jetzt alles safe, glaube ich. Aber das... Oben ist ein Stern. Meinen die damit... Ich glaube aber, die meinen damit... Machen wir hier mal zurück. Wir haben jetzt die ganze linke Seite eigentlich schon fertig. Mal kurz hier. So. So. Vielleicht hier oben. Oh Gott. Ah ja. Hätte das gedacht. Komm her, du. So. Jetzt müssen wir alle haben, ne? Julio. Julio. Irgendwie habe ich so das Gefühl, hier gibt es noch mehr. Aber wie viele gibt es denn? Also ja. Ich finde das Design halt richtig cool gemacht. Hä? Aber was macht der Typ? Ich muss den noch bestimmt besiegen, oder? Ah. Okay, das ist ja easy. Okay. Oh. Fisch. Jetzt macht er drei. Oh. Unfair. Oh. Hier. Bis. Bis. Wie? Bersige die mörrische Bazooka. Was? Bazook-Krabbe. Eigentlich Bazooka-Krabbe. Was hier unten ist... Nämlich sie da reinlegen? Ah, hier. So, da oben ist wieder eins. Boah. Okay, gemein. Müssen wir genau hingucken. So. So, blöd. Ja, Moment, wenn man eigentlich rollen will. So, hier ist noch eins. Ich würde halt gerne wissen, wie viele es hier gibt. Dass ich irgendwo stehe. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen. So, das war das. Ich gehe davon aus, dass es hier nur noch eins gibt. Das ist wahrscheinlich hier. Das. Nemo. Oh, das ist cool. Über dem Dorf. An der richtigen Stelle. Die Kanonenprüfung. Da gibt es zwei. Und 3, 2, 1 los. Er hat eine Rakete. Oh, ich habe so ein dummes Gefühl. Vielleicht müssen wir eine gewisse Zeit schaffen. Ich gehe davon aus, dass wir bei der Zeitprüfung wahrscheinlich unter 20 Sekunden sein müssen. Das ist cool. Das finde ich geil, das Buch. Das ist das, was ich gesucht habe. Ich gehe davon aus, dass vielleicht da unten ist ja noch eine Tür, dass wir da rein müssen. Ich zeige mit dem Finger die ganze Zeit drauf. Schatzkarte. Das ist doch der Turm, wo wir filmt waren, oder? Jetzt ist halt die Frage. Ich habe eine Idee. Aber ob das geht, weiß ich nicht. So, hier waren wir ja schon. Ach, da unten. Boah, das ist ja Fries. Wie komme ich denn da ran? Ich habe eine Idee, aber gab es irgendwo Fässer? Sonst hätte ich nämlich Fässer unten reinschmeißen können. Was, wenn ich die reinschmeiße? Okay, ich habe gedacht, dass ich dann vielleicht auf denen schwimmen kann oder auf denen. Oh Gott. Thema. Ah, dieses Arztteil. Das gefällt mir super, ne? So, jetzt bin ich gerade im Überlegen. Muss ich jetzt die Fässer von drüben holen? Boah, das wäre schon weit, ne? Kanonenkugeln schwimmen ja auch definitiv nicht. Aber okay, es geht, ne? Sind die Fässer... Oh, wo habe ich denn die jetzt hingestappelt? Hm. Also, hier wird ja gesagt, dass... Hier unten. Hier unten drunter muss irgendwas sein. Jetzt wird das so angegeben. Ich gehe davon aus, dass das Wettrennen... Das ist das Wettrennen... Ähm... Dass ich da nochmal unter 20 Sekunden kommen muss, wahrscheinlich. Die Fässer gehe ich Hitschleck von aus, dass ich die... Hier benutzen muss. Oh, das war zu weit. Okay. Gucken wir mal, ob das fast da geblieben ist. Natürlich sehe ich es nicht. Och, komm. So. Boah, das ist aber schon... Oh. Kannst du nicht fassen? Immer dieses... Gegen das Mikrohaut. Ich habe seit neuestem mein Mikro halt auf der rechten Seite. Und deswegen habe ich dann immer so ein bisschen... Bin ich mitgekannt. Manchmal connecten diese Dings nicht. Also die hier habe ich so das Gefühl. Ich halte hier so. Okay, doch. Jetzt auf einmal schon. Ach so, jetzt, wo ich vorführen will, geht es nicht, oder was? Äh, geht es wieder. Ich habe so eine dumme Befürchtung, dass ich wahrscheinlich zu weit fliege. Okay. So. Okay, das geht. Das müsste schon reichen. Ich brauche nur eine Kanonenkugel. Okay, warte mal. Ich muss mal gucken, wo das war. Oh, shit. Ich habe bestimmt einen einfacheren Weg. Wofür-Effekt. Sehr gut. Es wird noch einer, glaube ich, ne? Ne, wir haben alle. Okay, kann nicht sein. Einer müsste fehlen. Schaut mal, wie kann man das Buch reingehen? Ja. Kann man das Buch angucken? So, das ist klar. Rück zum großen Aufzug. Äh? Äh, das wollte ich eigentlich nicht. So. So, wir fallen jetzt nochmal mit dem Fahrstuhl hoch. Ich werde es mir nochmal angucken. Das hier. Kann man das hier spielen. So, dann kloppen wir das jetzt hier rein. Wir haben ja jetzt drei davon. Das heißt, wir könnten... Ach, hier brauchen wir jetzt... Ja, nee, ist klar. Das heißt, jetzt könnte ich hier die zwei, die ich noch habe, reinmachen. Aber trotzdem fehlen mir noch welche, ne? Das heißt, wenn man fix ist, beziehungsweise kann man unten alle sammeln, glaube ich. Oh. Da oben. Hey. Comenade. So, was haben wir hier? Basketball für Anfänger über den Wattewolken. Das rätselhafte Puzzlestück des Baumes. Okay, die drei habe ich. Expertise in den flinken Fortbewegungen. Okay. Und das ist dann hier, wenn wir hier runtergehen. Ach Gott, wir sind noch mehr über dem Dorf. Das rätselhafte Puzzlestück. Der Küstehammer. X an der richtigen Stelle. Da war ich doch. Kanonprüfung. Das ist wahrscheinlich noch mal im Turm selber. Und über dem Dorf. Okay. Wir gehen ganz kurz noch mal hier rein. Ich will mir das noch mal angucken. Oh. Schön. Stopp. Okay. Hey. Hier was? Wie komme ich da durch? Wie komme ich da durch? So anscheinend nicht. Schau mal. Ah, okay. Oh. Hoffnung. Kannst du gerade sagen, ich kann nicht mehr zurück, oder was? Ah, es ist doch recht einfach. Und man muss halt nur wissen, wie. So. So. Ach Gott. So, komm. Perfekt. Guter Wurf, guter Wurf. So, weiter geht's. Da hoch. Hier, das sieht entspannt aus. Okay, das ist jetzt ein kleines Jump'n'Run, ne? Also schwer ist es jetzt bis jetzt nicht, ne? Also für die Leute, die jetzt denken, das ist super schwer. Bisschen logisches Denken. So, ein bisschen schneller drücken und dann war's das, ne? Also das war jetzt nicht, sag ich mal, wo ich sage, oh, kacke, da hab ich jetzt 100 Stunden dran verbracht, ne? Ich glaub, wer mal ein Souls-like-Game gespielt hat oder so, der ist da ganz andere Sachen gewohnt. Ich glaub, für Kinder ist das Spiel sogar super geeignet. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Oh, ein Bossfight. Cool. Was muss ich machen? Okay. So. Okay, da tötet ich selber. Oh. Ah, ich versteh's. Ich muss jetzt das nehmen. Und dann den Vogel einschmeißen. Also wir müssen jetzt hier warten. Okay, das ist ja doch nicht so schwer. Oh, du musst halt nur... Oh, du musst aber genau treffen. Okay, das ist schon... Nein. Ich komm immer noch ein bisschen mit den Dings durcheinander, weil, weil ich... Wenn ich, ähm... Okay. Ich will halt immer rollen irgendwie, aber das funktioniert halt nicht. Zu spät. Ja. Ein bisschen früher. So. Er wird halt immer größer. So. Jetzt haben wir's. Einen noch. Oder auch nicht. Das war's. Jawohl. Okay, das ist cool. Also ich find die Bossfights auch wieder interessant, weil das wieder ganz andere Bossfights, die ich noch nie gesehen habe. So, vor allen Dingen so in diese Richtung, ne? Ja, ich bin mal gespannt. Also ich weiß halt auch noch nicht... Ich kann euch noch nicht sagen, was es kostet. Ähm. Was ist das? Wo war's? Was ist das jetzt? Ja, was hab ich jetzt gekriegt? Da hab ich jetzt Träger des Omni-Hakens. Ich stehe die Prüfung des Heiligtums und beanspruche die Macht des Omni-Hakens für dich. Achso, und jetzt weiß ich auch, wie man das Buch benutzt. Das konnte ich nämlich vorhin nicht. So. Äh. Das hier. Also ich muss ehrlich sagen, super schönes Game. Art Design gefällt mir super. Ah, das ist der Omni-Haken, okay. Jetzt wird's wieder komplexer mit sowas. Ja. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Äh. Bei der ersten Welt gab's auch solche Haken. Gucken wir mal, ob hier was ist. Und. Da können wir nochmal ganz schnell zurück. Das will ich auf jeden Fall nochmal schnell gucken. Die sind ja jetzt nicht so groß, die Welten. Nicht hier runter? Ah. So. Wir können den Computer hier freischalten. So, wir mal schnell unsere... Achso, stimmt. Ich hatte ja nur zwei Leben noch. Wir mal auffüllen. Hier rein. So. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Wo war der Haken? Geht er das dann? Da war nämlich schon mal der erste. Und hier hinten müsste auch einer gewesen sein, wenn ich richtig geguckt hab. Ah, wartet mal. Oh. Wir können den... Geschwindigkeit... Seht ihr die Haken da überall? Dass wir können... Ah, sag ich's doch. Was ist denn das jetzt? Toll. Hä? What the fuck? Was ist denn das jetzt? Die Frage ist, wo muss ich hin? Äh. Wo muss ich hin? Ganz gemeine Frage. Ja. Achso. Ich glaube, ich muss einfach nur nach oben fliegen. Geht's doch mal. Ich glaube, wir müssen einfach nur nach oben fliegen. Also so Kerzen gerade nach oben. So. Ich glaube, wir müssen einfach mal nach oben. Ah. Vielleicht doch. Ich gehe hier raus. Ah. Was ist das denn jetzt hier? Wer bist du? Wer bist du? Hey. Wer ist er? Kann ich mit dir quatschen? Wo bin ich? Guck mal. Das ist die Karte. Also nach rechts könnte ich noch. Hier kann ich noch hin. Und da oben links und oben rechts. Und links auch nochmal. Oh, cool. Was testen. Wollte eigentlich die Sandburg wegmachen, aber das funktioniert anscheinend nicht. Äh. Dann halt so. Hör. Kann er nicht lang. Schau mal. Wie. Die ganze Zeit gar nicht. So was ist jetzt hier. Hier ist anscheinend auch nur eine Landeplattform. Komme ich da hoch? So. Sehr gut. Was ist das passiert, wenn ich runterspringe? Eins möchte ich noch machen. Ich möchte noch das Rennen schaffen. Ich möchte das Rennen auf jeden Fall nochmal kurz machen. Weil durch diesen Haken kommt man wahrscheinlich jetzt schneller voran. Klasse. Okay. Ich gucke das, wenn man die Level auch extern anwählen kann. Okay. Tat nicht will. Ich gucke das, wenn ich mich nicht mehr auf diesen blöden Dings gekommen bin. Ach komm. Bin ich auf diesen blöden Dings gekommen. Ich gucke das jetzt schon mal raus. Ach man. Hallo. Roll rollen. 其实. Lass mich sicher wieder einmal auf den Weg spir promoted. Ich sch� jouer'n Luft. Sch liebe auch schon. Ich schneh' einfach auf dem Weg! Oh, knapp. Nee, ich muss doch springen. Den krieg ich. Der springt hier nicht hoch, ne? Ich bin vorbeigesprungen. Habe ich es locker geschafft. Wie haben wir? Heilige. Habe ich jetzt alle? Durchs Rennen habe ich jetzt alle, ne? Ja, das war schon knackig, heiliges. Ja, Leute. Aber das war Promenade. Ein sehr, sehr cooles Spiel. Also, ich behalte es im Hintergrund. Ich spiele es sogar weiter. Mal gucken. Und es macht super viel Spaß. Also, es ist, wenn man die Steuerung einmal drin hat, funktioniert es wirklich gut. Und ich würde sagen, wie es mit Controller, ich glaube, das ist die bessere Wahl. Ich habe es jetzt auf der Xbox gespielt. Super flüssig, super coole Grafik, super schön. Schön. Auch super cooler Stil. Ihr seht das ja auch. Auch wenn man, sage ich mal, ins Wasser fällt, wie jetzt hier. Zeige ich euch mal ganz kurz. Nochmal. Dann hat es auch eine extra Animation. Also, so. Der holt dich raus. Kommt zwar kurz ein schwarzer Bild, aber du spürst das Wasser raus. Es ist super cool. Also, nicht so, äh, du bist tot. So, da kommt auch was da hinterher. Aber du kriegst halt keinen Schaden. Ist auch cool. Ja, Leute. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge oder im nächsten Video wieder. Und natürlich, bewertet das Video. Und wenn ihr Bock habt, folgt den Kanal. Und haut da rein. Ciao.